Ja, Mann. Ja, ich weiß, da habe ich sehr doof gestanden, aber da hätte ich auch einfach da lang gehen können. Ich habe da unten noch was gesehen. Ja, natürlich habe ich da unten noch was gesehen. Oh nein. Hat das einen Grund, dass die andersfarbig sind? Oh nein. Ich sehe da gleich jemanden Game Over gehen. Nimm das! 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 Das lief ja noch ganz gut hier. Können wir vorstellen, dass hier was hinter mir ist. Nee. Wäre halt ein... Oh Gott. Wäre halt ein gutes Versteck gewesen, ne? Voll reingelaufen. Wäre ich normal gelaufen, wäre mir wahrscheinlich nichts passiert. Oh, meine Hände schwitzen so. Was mir denn hier gerade passiert? Wollte ich von so einem... Ich bin irgendwie runtergefallen, ne? Ich weiß, ob es nicht mehr so genau ist. Da ist auch schon der Kuss gekauft. Und der schwindet so langsam. Und der dreht hier wieder voll am Rad, ne? Tadütata. Booyah! So. Kontrollpunkt. Juhuhu! Möglicherweise hört man das. Aber auch nur möglicherweise. Was haben wir hier? Das sieht nach nem Rennen aus. Ja, Dreckskind, ey. Du stehst echt darauf, dass ich das tue, ja? Eines Tages werde ich lernen, dich nicht mehr zu verspotteln. Das war's? Haha, bis zum nächsten Mal. Das war's? Oh ja! Nun. Darf ich dich kaputt machen? Nee. Ich suche aber trotzdem noch mal die Strecke ab. Es kann ja sein, dass hier noch ein paar lustige Hünste rumliegen, die uns eh nix mehr bringen, weil wir sowieso schon über die Hälfte verpeilt haben. Oh Gott. Spätestens hier hätte man ihn gekriegt. Außer wenn der so einen Boost gehabt hätte. Dann wäre das was anderes. Meine Nase juckt. So. Jetzt haben wir zwei Cusco-Köpfe, die wir hier in das letzte Tor einsetzen können. Mal gucken, was uns dann erwartet. Oder ob das doch schon das Ende ist. Nein, das ist nicht das Ende. Aber hier gibt's dann nochmal einige Münzen. Und einen Checkpoint. Kontrollpunkt. Oder auch Kontrollpunkt. Genannt. Aus dem Weg! Was ist das? Hey, du darfst dir nicht spielen! Hör zu, Stein, Junge. Das ist mir völlig egal. Ich bin der König. Junge, das ist mir völlig egal. Ich bin der König. Wirklich? Oh, wir haben solche Angst. Jetzt legst du's aber drauf an, Quadratschädel. Tu doch nicht so, als ob du treffen könntest. Das werden wir hier sehen. Nimm das! Willst du mich verarschen? Nicht zu nah. Versteh ich nicht. What the hell should I do hier? Oh man, meine Nase, das trägt nicht zu... Nicht zu nah. Oder muss man die umrennen? Ah! Ich muss einem das auch mal sagen, der Stachter. Oh no. Was schmeißt der da? Was ist das? Ah, den muss ich wahrscheinlich... Ja. Okay. Die roten darf ich wahrscheinlich nicht nehmen. Pusch. Pusch. Die sieht man auch so schlecht, die dunklen. Die roten will ich nicht. Bei rot habe ich Angst. Es gibt doch den Spruch, ich brech ab, wenn man sich irgendwie so kaputt lappt oder so. Das finde ich lustig. Oh ja, ich bin ein großer, böser Steinbrocken und ich werde dich platt machen. Aber nicht heute, Kumpel. Ein Kuskosstein. Kontrollpunkt. Ne, Kontrollpunkt. Booyah! Darf man? Darf man, kann man? Ja, man kann. Schade. So, das sieht man... Ich glaube, das ist das Ende. Es fehlen aber 40... 42 Münzen. Ah, es ist... Natürlich geht es noch weit. Natürlich... Nein, nicht da hinlaufen. Ah, da bist du ja. Wo warst du so lange? Ah, ha, ha. Hör auf, du bist so lustig. Jetzt Bewegung, Dickerchen. Ich möchte erst noch gucken, wie viele Münzen es hier gibt. Kontrollpunkt. Sieht sehr spaßig aus. Wow. Wow. Okay, da brauche ich... Oder? Ich kann das alles gar nicht holen, ne? Oh, ja. Also auf jeder Seite schon, anscheinend. Ich glaube, ich könnte auch einfach zurücklaufen. Und das Level vorher, wo diese Steinköpfe waren... Wat? Wat? Achso, da kommt man dann wieder... Das ist natürlich praktisch. Aber man könnte auch, glaube ich, einfach da reingehen. Und sich den Rest holen einfach. Da waren noch vier Stück auf den Ecken. Wo kommen wir da rüber? See? Okay, sechs Münzen haben uns gefehlt. Konnte sogar sein. Fuck, ey. Egal. Na, ein Geheimnis, sechs Münzen. Ach, ja. So. Jetzt haben wir, glaube ich, noch ein Level vor uns. Glaube ich. Ich weiß nicht, was es für ein Level ist. Oder noch zwei vor uns. Oh, das sieht wieder sehr nach... Rutsche. Oh, Gott. Rutsche aus. Ne. Cusco, bleib in der Mitte der Kurve und wir werden uns automatisch umdrehen. Wir wollen aber... Diesmal nicht weitermachen. Denn wir machen hier... Äh... Eine Pause und ich werde hoffentlich bis zur nächsten Aufnahme die restlichen Münzen aus den anderen, ähm, Leveln holen. Weil ich glaube, so schwierig wird das nicht. Aber ich lasse mich mal überraschen. Gut, äh... Ja, dann hoffe ich, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss. Tschüss.